Scapula Push-Ups mit Wall Reference. Fersen fest gegen die Wand stellen, Knie sind ein gutes Stück weg vom Boden, also es ist fast eine Liegestützposition. Einmal ausatmen, Stack finden und dann nur aus den Schulterblättern nach unten bewegen und wieder nach oben. Hier verändert sich nichts, das bleibt fest und maximal Range of Motion in den Schulterblättern. Schulterblätter kommen auseinander und kommen maximal zusammen. Hände liegen dabei direkt unter den Schultern die ganze Zeit. Und Fersen in die Wand.